Es ist so, Nebel ist fertig, okay, in den Kapps, okay, und ich werde sehr vielen, sehr vielen Leuten das Maulstopfen, den Mädel, wie eine Pum! Pum! Man könnte schon so einen Punkt nennen, weil, wie gesagt, sehr viele das Maulstopfen in diesem Album, aber, ja, wann kommt denn jetzt, Nebel, raus? Wir sind immer noch im Prozess des Dealens, sobald der Deal abgeschlossen ist, da ein Unterschrift drunter ist, wird ein festes Release Date, ähm, ähm, geben. Und sobald Deal es vollsteht, kann ich es sagen, okay, aber es wird so sein, wie ich gesagt habe. Zudem mach ich keine Sommermusik, à la sonstige Rapper. Dieses Album wird auch, eins will ich dazu noch sagen, guck mal, es gibt viele Alpen, die rauskommen, die haben eine Haltbarkeit von drei Wochen, danach kann man die sich nicht mehr geben. Dieses Album könnte ich locker in drei Jahren noch reinziehen und deswegen hoffe ich, dass das das lange Warten, äh, ausgleicht, okay? Und sobald es immer fertig ist, rollen die Panzer an mit der Pum! Okay? Deswegen noch ein bisschen Geduld, danach... ...WOSH WOSH WOOSH WOSH 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 WOCK! Mit der Ötrip... ...WOF WOCK!